So, moin, das ist ich mir jetzt wieder. Also, ja, ähm, ich will eigentlich nichts dazu sagen, einfach nur schlimm, wie die Leute durchdrehen. Also, ich find's ein bisschen arg übertrieben, aber will wir machen, ne? Also, ich hab ein paar Bilder am Mittag gemacht, wie's da aktuell im Kaufland aussieht. Also, ähm, ja, halt ob morgen die Welt untergeht. Also, schlimm, wirklich. Ähm, ja, halt ob morgen die Welt. Ähm, ja, halt ob morgen die Welt. Ähm, ja, halt ob morgen die Welt. Ähm, ja, halt ob morgen die Welt.